Ich habe schon viele Videos aufgenommen und das werde ich auch weiterhin. Dennoch möchte ich vorab sagen, dieses Video schlägt inhaltlich einfach alles, was ich bisher gesehen habe. Es ist wie ein gutes Buch. Jedes Mal, wenn ich mir das Video erneut angesehen habe, habe ich wieder neue und hochwertige Informationen erhalten. Europa begeht Selbstmord. Die baut ein Werk in Usbekistan. Da habe ich gefragt, wo kriegen Sie denn die Fachkräfte her? Dann sagt sie, die Berufsschule baue ich direkt nebendran. Degenerierte Elite, die bereit ist, für ein Schulterklopfen ihrer Freunde in Washington die eigenen Länder zu ruinieren. Wenn die Kinder dieser Leute an die Front gehen müssten, dann wäre der Krieg morgen vorbei. Die Ukraine könnte keinen Tag mehr weiterkämpfen ohne die Wirtschaftshilfe des Westens. Der große Gewinner, BlackRock und JP Morgan, haben das Schuldenmanagement des ukrainischen Staates übernommen. Mit Schulden lässt sich Geld verdienen. Aber dies ist ein Geschäft zulasten Dritter. Und dieser Dritte, das ist der europäische Steuerzahler. Denn die Ukraine ist zu 100% von westlicher Finanz- und Militärhilfe abhängig. Die Amerikaner haben Land and Lease gemacht. Das heißt, sie haben Waffen geliefert und die Ukrainer mussten nicht bezahlen. Das ging in den großen Schuldenhaushalt. Aber die Europäische Union hat die Waffen der Ukraine umsonst zur Verfügung gestellt und weitere finanzielle Mittel durchgeleitet. Und dieser Prozess läuft weiter. Unabhängig davon, wer die Wahlen, die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten gewinnt. Washington wird den Krieg weiter europäisieren. Militärisch, vor allem aber auch finanziell. Das war ein Geschäft zulasten Dritter, die Schulden der Ukraine zu verkürzen. Denn jetzt bleiben diese Schulden beim europäischen Steuerzahler hängen. Die Ukraine könnte keinen Tag mehr weiterkämpfen ohne die Wirtschaftshilfe des Westens. Und jetzt sucht man einen geschickten Mechanismus, diese Schuldenlast auf den europäischen Steuerzahler abzuwälzen. Und das wird kommen. Der Prozess läuft ja schon. Und das sind einmal nicht die Nutznießer. Die Nutznießer, das ist natürlich die Rüstungsindustrie. Vor allem in den Vereinigten Staaten. Die Nutznießer, das sind die großen Finanzinvestoren, die dahinter stehen und die auch die Wahlkämpfe beider Präsidentschaftskandidaten bezahlen. Deswegen teile ich nicht irgendwelchen Optimismus, dass sich mit Trump die Dinge schnell ändern werden. Der Krieg wird europäisiert. Der Nutznießer, das ist natürlich die amerikanische Wirtschaft, die auch mit dem Inflation Reduction Act die Möglichkeit gehabt hat, weiter Unternehmen an sich zu binden, anzuziehen, die Verlagerungen in die Vereinigten Staaten zu fördern. Und die natürlich mit der Sprengung der Pipeline, die ja Biden angekündigt hat, machen wir uns nichts vor, und die auch frühere CIA-Agenten eindeutig Washington zuordnen, die europäische Wirtschaft geschwächt haben. Patrick Barb wird uns jetzt gleich verkünden, wer der große Gewinner in diesem Ukraine-Krieg ist. Wir Steuerzahler gehen definitiv leer aus, das ist bekannt. In diesem Interview von Dominik Kettner und Patrick Barb wird ebenfalls offenbart, ob wir Deutschen nun diesen Krieg wollen, so wie es die Medien gerne darstellen, oder nicht. Der große Gewinner, das ist China. Denn die geopolitische Rolle von China geht gestärkt aus diesem Krieg hervor. Sie können gegenüber Russland die Preise für Öl und Gas diktieren. Sie haben den Hebel, Mikrochips. Die geopolitische Rolle Chinas ist gestärkt. Auch im Nahen Osten spielen die Chinesen mit. Und die Chinesen steigen nun auf zur zweiten großen Supermacht, die in einer multipolaren Welt Washington als Konkurrent entgegentritt. Europa begeht Selbstmord. Darauf hat bereits 2016 Richard Seiqua von der Universität Kent in seinem Buch Frontline Ukraine hingewiesen. Da schreibt er ganz offen, dass dieser Krieg der Konflikten der Ukraine zum Selbstmord Europas wird. Dann könnte man sagen, warum unternehmen die Verantwortlichen nichts dagegen? Auch da sehe ich eine Antwort. Wir haben es heute europaweit zu tun mit transatlantisch korrumpierten Eliten. Nehmen Sie Sigmar Gabriel, den früheren SPD-Vorsitzenden, Chef der Atlantikbrücke. Sein Stellvertreter ist ein Mann aus der CDU. Auch Agnes Strack-Zimmermann oder Ricarda Lang hatten mit der Atlantikbrücke zu tun. Ein früherer Professor von mir an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft, Fachbereichsleiter Politik. Markus Ziner hat enge Verbindungen zum German Marshall Fund. Und so geht es durch alle Bereiche, Medien, Universitäten, Militär, Wirtschaft, Politik und durch alle Länder. Blicken wir mal nach Frankreich. Präsident Macron und sein Premier Atal sind der internationalen Finanzindustrie stärker verbunden als der eigenen Bevölkerung. Die Lebensbedingungen ihrer eigenen Landleute kennen sie praktisch nicht. Sie leben in dieser Blase der internationalen Finanzoligarchie. Und das sind tatsächlich Leute, die denken, sie rechnen sich aus, dass sie selbst und ihre Kinder nie an der Front landen werden. Wenn die Kinder dieser Leute an die Front gehen müssten, dann wäre der Krieg morgen vorbei. Und sie glauben, dass die Bevölkerung die Zeche zahlt, die sie machen. Und dass sie mit dem letzten Flieger, wenn es richtig kracht, noch rauskommen. Das ist tatsächlich eine, in meinen Augen, degenerierte Elite, die bereit ist, für ein Schulterklopfen ihrer Freunde in Washington die eigenen Länder zu ruinieren. Und diesen Prozess erleben wir heute in Deutschland. Denn die unternehmerischen Entscheidungen fallen ja jetzt zur Verlagerung der Produktionskapazitäten in Milliardenhöhe. Da werden neue Werke errichtet in Usbekistan, in Kasachstan, in China, in den Vereinigten Staaten. Ja, und hier wird nicht mehr investiert. Und in vier, fünf Jahren sind die heimischen Werke abgeschrieben. Dann werden die Älteren in den Vorruhestand geschickt. Und das war es dann. Also diese Entscheidungen werden jetzt erst wirksam. Und hinterher war es wieder keiner. So wird es kommen. Ich kann Ihnen sagen, vor einiger Zeit gesprochen, mit einer Unternehmerin aus Kassel, mit einer Unternehmerin aus Halle. Die baut ein Werk in Usbekistan. Da habe ich gefragt, wo kriegen Sie denn die Fachkräfte her? Dann sagt sie, die Berufsschule baue ich direkt nebendran. So läuft es. Wenn wir keine Fachkräfte haben, dann schaffen wir uns die selbst. Denn die Menschen da sind natürlich an guten Löhnen interessiert. Das Lohnniveau ist doch deutlich niedriger als bei uns. Und die Wege zu den großen Märkten nach China, Indien, Indonesien sind von Kasachstan aus deutlich kürzer. Das sind ja Kostenfaktoren. Und Unternehmer können rechnen. Und hier haben wir es leider, leider zu tun mit einer Elite, die gegen die Interessen ihrer eigenen Bevölkerung steht. Und die Manager der großen Unternehmen machen das mit. Aus einem ganz einfachen Grund. Schauen Sie sich mal die DAX-Konzerne an. Und schauen Sie sich mal an, wer der Anteil hat. Das sind wiederum die großen amerikanischen Finanzinvestoren, die als, die wiederum Vorstände stellen, die etwas zu sagen haben auf der Hauptversammlung und die natürlich Einfluss nehmen auf die Besetzung von Managerposten und die Vergabe von Boni. Zu den nächsten Wahlen sollte man sich definitiv gute Gedanken machen, ob man Parteien wählt, die offensichtlich für den Krieg sind und gegen Frieden. So wie Herr Merz von der CDU oder Herr Habeck von den Grünen. Eine Partei zu wählen, die das Land nicht ruiniert, sollte an erster Stelle stehen. Wir können von Glück reden, dass es noch Qualitätsjournalisten wie Patrick Barb gibt. Im Laufe seiner Karriere hat er viele Kämpfe miterlebt, unter anderem auch privater Natur. Doch er hat bis heute nicht aufgegeben, die Wahrheit ans Licht zu bringen und er fordert uns alle auf, Rückgrat zu haben und für unsere Rechte und den Frieden zu kämpfen. Im letzten Teil widmet er sich auch den Familien. Nach meiner Erfahrung gibt es einen erheblichen Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung der Menschen und der von der Presse veröffentlichten Meinung. Die Menschen und das ist die Mehrheit der Menschen in Deutschland sehnen sich nach der Rückkehr des Friedens in Europa und die Presse hetzt für den Krieg. Deswegen habe ich gesagt, ich halte mich an die Menschen und nicht an das, was über mich in der Presse geschrieben wird. Und es ist mir gelungen, die Propagandamedien in eine Zwickmühle hinein zu manövrieren. Wenn sie mich öffentlich beschimpfen und denunzieren, dann ruft am nächsten Morgen der Verlagschef an und sagt, Patrick, alle hacken auf dir rum, Geschäft läuft super. Und dann werde ich auch eingeladen von den Menschen, weil die sagen, den Kerl schauen wir uns mal an. Wenn die Presse aber schweigt, dann sagen viele, der Kerl hat ja gegen die Übermacht der Propagandapresse gewonnen. Wie hat er denn das gemacht? Den laden wir hier auch mal ein. Und so komme ich auch ins Gespräch mit den Menschen. Also es lohnt sich, Rückgrat zu zeigen und auch zu stehen, wenn mal der Wind von vorne kommt. Und ich bin überzeugt, dass die Menschen in Deutschland ein großes Interesse an Frieden haben und dass vielen Menschen klar ist, dass die Bundesrepublik Deutschland in einer atomaren Auseinandersetzung in Mitteleuropa ausgelöscht werden würde. Und die anderen, die das Thema verdrängen, denen darf ich erklären, wenn ihnen die eigenen Kinder aus Leichensäcken entgegenstarren, dann werden sie anders darüber denken. Dann werden sie sagen, warum hat er denn bloß nichts gemacht? Aber es ist eben ein großer Schritt vom Denken zum Handeln. Schauen Sie sich die heutigen Familien doch mal an, wenn da zwei Kinder unterwegs sind. Bei den heutigen Mietpreisen oder man muss ein Häuschen abbezahlen, die Eltern beide berufstätig. Abends hilft man den Kindern noch bei den Hausaufgaben. Man muss noch ein bisschen mit ihnen spielen, man hat noch ein paar Rechnungen zu überweisen, man hat auch vielleicht mal noch ein persönliches Gespräch zu führen, und man möchte ein Glas Wein trinken. Ja, wann soll man denn da noch Nachrichten analysieren? Das war früher mal anders. Früher mal anders, als ich Kind war, hat ein Verdienst gereicht, um eine Familie durchzubringen. Natürlich waren das keine Spitzenverdiener, aber es ging gerade mal so über die Runden. Und das ist heute ja gar nicht mehr gegeben. Da geht ja fast, hier in Berlin, wo ich wohne, da geht ja fast schon ein Gehalt für die Monatsmiete drauf. Und da habe ich ein gewisses Verständnis für die Menschen, wenn sie sagen, Menschenskinder, lass mich in Ruhe, ich muss ihr irgendwie durchkommen, das Hemd ist mir näher als die Hose. Aber diese Haltung kann nach hinten losgehen. Es lohnt sich, mit den Kindern über die Frage von Krieg und Frieden zu diskutieren. Es lohnt sich, die Dämonisierung von Putin nicht mitzumachen, sondern auch mal zur Abwechslung dem eigenen Parteienkartell auf die Finger zu sehen. Und es lohnt sich, bei dem Spaziergang nicht am Wannsee zu machen, sondern auch mal zum großen Stern, zu einer Demonstration zu gehen mit den Kindern. Im Laufe der Zeit recherchiere ich oft nach Statistiken, wie zum Beispiel, wie viel Prozent der Deutschen wollen Frieden in der Ukraine. Doch bei Google wird mich stattdessen angezeigt, sollen wir mehr Waffen in die Ukraine liefern. Das war nicht meine Suchanfrage und so werden wir Stück für Stück mit dem Krieg familiär gemacht, ob wir wollen oder nicht. Und es entsteht ein verzerrtes Bild in der Gesellschaft. Wirtschaft. Das war's.